Go Global ist ein virtuelles Schulaustauschprogramm des ISD ExpertNet, einem internationalen Netzwerk zur Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Bildungsexperten aus Deutschland, Indien, Mexiko und Südafrika. Schulen aus aller Welt sind mit dabei. Sie sind Teil der virtuellen Community von Go Global. Sie tauschen sich zu verschiedenen Themen und Projekten aus, die sich mit den globalen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung beschäftigen. Zum Beispiel zu Schulgärten und Lebensmittelherstellung oder zu Müll, Abfallvermeidung und Recycling. Und was das unter anderem mit globaler Gerechtigkeit zu tun hat. Das sind Themen, die uns alle etwas angehen, unabhängig von unserer Herkunft. Schülerinnen und Schüler teilen ihre Erfahrungen über E-Mails, Videos, live in Videokonferenzen oder auch über einen Blog und Fotos. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede rund um den Globus zu entdecken, Zusammenhänge zu erkennen, Perspektiven zu wechseln, Erfahrungen zu teilen und neue Denkanstöße für eigenes, nachhaltiges Handeln zu bekommen. Ihr wollt mit eurem Projekt auch mitmachen? Dann meldet euch online in der Virtual Community an. Stellt euch und euer Projekt kurz vor. Zum Beispiel in einem Video und knüpft Kontakt zu anderen Schulen. Lokal handeln, global denken. Alle Infos erhaltet ihr online im Do-it-yourself-Handbuch. Go Global – Jetzt mitmachen! Jede Pool – Jetzt mitmachen! Die